Nico, was erwartet denn die Leute hier am Samstag? Bist du selber nicht, wa? Gebrachlos, ich bin eigentlich gefreut. Das wird sie ja auch erwarten. Traurige Gesichter, aber auch fröhliche Gesichter, ne? Kreative Köpfe. Christian, was erwarteten die Leute am Samstag hier? Du bist ja selber leider nicht da, aber warum sollte man trotzdem kommen, auch wenn man dich nicht sehen kann? Das ist mir allerdings auch total schleierhaft, da kriegt ihr nichts zu sagen. Da fällt der dann ohne Schleier. Es erwartet die Leute, ein Abschiedsgesuch, Abschiedsbesuch. Man guckt sich nochmal an, was hier eigentlich verloren geht. Das ist eine Menge. Werden viele Leute da sein, wird viel Musik ertönen aus vielen Räumen, so wie man sich das auch Zukunft gewünscht hätte hier. Aber ist ja nun nicht. Guckt hier, eingerüstet ist es. Ja, weil sieht das eigentlich noch ganz passabel aus, finde ich, oder? Ja. Ja. Ja.